Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Start des digitalen Corona-Impfpasses in Deutschland. Die Anwendung CovPass wird nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nach und nach in den App-Stores verfügbar sein. Der Bund setzt mit dem CovPass ein EU-Vorhaben um. Mit ihm sollen sich Impfungen, Tests und überstandene Covid-Krankheiten nachweisen lassen. Die Zahlen zur Infektionslage. Das Robert-Koch-Institut meldet 3.187 Neuinfektionen. Etwa 1.450 Fälle weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 19. Vor einer Woche hatte sie bei 34 gelegen. US-Präsident Biden ruft zur Verteidigung der Demokratie auf. Nach seiner Ankunft in Großbritannien sagte er vor US-Soldaten, Demokratie entstehe nicht durch Zufall. Bei seiner ersten Auslandsreise trifft sich Biden zunächst mit dem britischen Premierminister Johnson. Danach nimmt er am G7-Gipfel in Cornwall teil. Endgültiges Verbot des Nawalny-Netzwerks. Die russische Justiz hat die politischen Organisationen des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny als extremistisch eingestuft und verboten. Nawalnys Anwälte kündigten nach der Gerichtsentscheidung Berufung an. Seit kurzem sind in Russland Mitglieder von als extremistisch eingestuften Organisationen von Wahlen ausgeschlossen. Umstrittenes Pipeline-Projekt in Nordamerika gescheitert. Der kanadische Betreiber erklärte, der Bau der Keystone XL-Pipeline werde eingestellt. Sie sollte Öl von Kanada in den US-Bundesstaat Nebraska transportieren. Präsident Biden hatte die von seinem Vorgänger Trump erteilte Erlaubnis gekippt. Umweltschützer hatten jahrelang gegen das Projekt protestiert. Das Wetter heute vom Westen bis in den Nordosten sonnig, sonst heiter bis wolkig. Und vom Süden bis nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg schauer, sowie Gewitter mit der Gefahr lokaler Unwetter. Höchstwerte 19 bis 29 Grad.